Musik Erwachsensein heißt, die ganz großen Fragen zu klären. Das Was in meinem Leben, habe ich in der Medizin gefunden. Beim Wo wurde ich überrascht. Wittenberg steht nicht nur für Luther oder eine perfekte Zuganbindung, egal ob nach Berlin oder Leipzig. Wittenberg steht auch für exzellente Hochleistungsmedizin. Dafür, junge Menschen an die Hand zu nehmen, sie zu formen und zu begleiten. Also ich finde die Atmosphäre hier total familiär. Also man merkt, die Dozenten sind alle total bemüht. Auch der Professor Jehle, der das hier leitet, der gibt sich unfassbar viel Mühe, der ist total motiviert. Und das kommt auch an, also die Studenten sind auch alle offen untereinander und man steht im Austausch. Wir waren auch gestern alle schon zusammen essen. Das war total schön. Ich finde Wittenberg sehr schön. Und ich kann mir bestimmt auch vorstellen, später hier zu arbeiten. Als junger Mediziner stellt man sich erst mal eine ganze Zeit lang hinten an. Nicht so in Wittenberg. Sommer für Sommer kommen hier Studenten aus ganz Deutschland zusammen, um Medizin hautnah zu erleben. Das Besondere für mich, ich finde die Organisation hier von der Summer School, von der alle Beteiligten, von den Ärzten, von den Medien, von der Verwaltungsebene ist sehr gut organisiert. Und die Studenten haben große Freude und haben auch viel Spaß, in dieser fünf Tage oder kurzen Woche alles dann mitzunehmen. Die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegekräften ist sehr wichtig. Um Patienten gut zu versorgen, bräuchten wir gute Ärzte und gute Krankenschwester oder Krankenpfleger. In den Seminaren der Summer School bekommt man Inhalte vermittelt, die das Fachwissen noch vertiefen. Bei der Summer School macht es besonders Freude, dass das, was ich eigentlich in Halle an der Universitätsklinik auch mit großer Freude mache, nämlich Lehre zu machen, mit den jungen Menschen zu sprechen, nicht nur einen Frontalvortrag zu machen, sondern vielleicht 15 Minuten Vortrag, 15 Minuten Diskussion, das mit den jungen Menschen hier am Krankenhaus, am eigenen Krankenhaus zu machen, mit den Patienten, die ich behandle, die ich noch behandeln werde und mit den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, einfach die Lehre ins Krankenhaus zu holen und die Faszination von jungen Menschen, die vielen Fragen zu beantworten. Und es kommt einfach Leben ins Haus und es sind interessierte junge Menschen und das ist faszinierend. Wir sind hier absolut in einer flachen Hierarchie und eigentlich in einem ganz lockeren kollegialen Umgang miteinander. Das ist schon eine ganz schöne Atmosphäre. Neben spannenden Workshops wird das Gelernte auch immer wieder auf den Stationen angewandt. Echte Medizin für echte Menschen eben. Auch das Klinikum selbst ist sehr modern. Die Attraktivität ergibt sich natürlich daher, dass wir nahezu alle Weiterbildungsermächtigungen im Haus haben und unsere Kolleginnen und Kollegen vom ersten Tag an bis zum Ende, bis zum Absolvieren der Facharztprüfung hier nahezu alle Schritte im Haus abbilden können. Also wir bieten eine Ausbildung und Weiterbildung aus einer Hand an. Und das bedeutet gleichermaßen, dass sie halt auch vom ersten Tag an in die unmittelbare Patientenversorgung eingebunden sind. Sie müssen sich nicht im OP ganz hinten anstellen, sondern können halt vom ersten Tag an auch wirklich gerade in den Operationen mitwirken. Und das ist natürlich für junge Ärzte besonders interessant. Die Stadt Wittenberg hat natürlich auch abseits des Stiftes, wie das Krankenhaus hier liebevoll genannt wird, einiges zu bieten. Historische Bauwerke, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen, eine malerische Altstadt, diverse Möglichkeiten zum Shoppen und einige wirklich gute Restaurants und Cafés, in denen es sich nach dem Feierabend aushalten lässt. Begeistert hat mich eigentlich, dass die Ärzte alle sehr zugänglich sind. Also von den Stationsärzten bis zu den Chefärzten, jeder ist da erklärt und macht. Und die Vorträge sind unglaublich gut. Man sieht sehr viel, man lernt sehr viel. Das ist schon, also macht wirklich sehr viel Spaß. Einen Aha-Effekt habe ich eigentlich fast jeden Tag gehabt, weil ich einfach Dinge gesehen habe, die ich so an den großen Universitätskliniken eher selten sehe, weil da ist man halt eher eine Nummer, sage ich mal. Und hier nehmen sich die Leute halt Zeit, dir wirklich was zu zeigen. Also, was weiß ich, ich habe in der ganzen Zeit eine ERCP gesehen, wir waren im Herzkatheter-Labor. Du kannst dir eine Dialyse angucken. Du nimmst da vieles mit und kannst es auch besser verinnerlichen, als du das so im normalen Studium könntest. Ich kann mir durchaus vorstellen, auch hier zu arbeiten, zumal ich in der Sprechstunde eben erlebt habe, dass Patienten gesagt haben, wir brauchen neue Allgemeinmediziner hier in Wittenberg. Wie wäre es denn mit Wittenberg? Also kann man drüber nachdenken. Also Wittenberg ist eine wirklich Mittelstadt, sage ich mal, von unheimlich starken Charakter. Die Altstadt, die Menschen hier, die wir hier haben, die Bevölkerung. Wir haben gleichzeitig aber trotzdem hier eine Art Wachstumsfokus von der ganzen Stadt her, auch etwas Industrie und die Anbindung zwischen den Großstädten Leipzig und Berlin. Hier sind wir ganz nah dran. ICE-Haltepunkt von Autobahnen, alle Anbindung ist optimal. Und das spielt natürlich eine große Rolle. Also der Austausch an dem kulturellen Abend mit Stadtführung und gemeinsames Essen, das ist schon ein Highlight und da kommt man auch noch mal persönlich ein bisschen sich näher, kann sich austauschen. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt mitten in der Woche, dieser einen kompakten Woche. In so einer mittelgroßen Stadt wie Wittenberg wird man natürlich auch mit einem Krankenhaus auch ganz anders wahrgenommen. Es sind die kurzen Wege, es ist die enge Verbindung, die wir zwischen allen Behörden, zwischen den Einrichtungen untereinander haben. Es gibt eine viel engere, individuellere Betreuung, die wir haben. Wenn jemand Fragen hat, dann können wir ihn auch mit seinen persönlichen Sorgen eher begleiten, als das vielleicht in so einer großen Metropole der Fall ist. Und beim Thema Familienplanung, da haben wir große Vorteile. Das ist etwas, was Kindertagesplätze anbelangt. Das ist ein bundesweites Thema. Da gibt es hier überhaupt gar kein Problem und das wird auch für junge Menschen immer wieder interessant sein. Wir wollen hier nicht dem Irrtum erliegen, dass wir uns vielleicht mit dem Nachtleben von Berlin und Leipzig messen wollen. Das ist überhaupt nicht unsere Stärke und unsere Zielgruppe. Was wir bieten können, ist wirklich unweit dieser Metropolen nah dran zu sein, Zukunft, Heimat zu bieten, Kultur, Industrie und Zukunft zu verbinden. Das ist das, was wir können. Ja, Paul Gerdt, das als unser Krankenhaus, hat natürlich einen Dreiklang, muss man sagen, dreifache Bedeutung. Zum einen ist es ein ganz großer Arbeitgeber, ich glaube fast sogar der größte Arbeitgeber, den wir bei uns in der Stadt haben. Zum zweiten ist es ein Ausbildungskrankenhaus, Lehrkrankenhaus, wo viele junge Menschen natürlich auch für ihre berufliche Zukunft ausgebildet und vorbereitet werden. Und das dritte, ganz typisch für ein Krankenhaus, geht um ärztliche Versorgung. Gerade ringsherum ist ein viel ländlicher Bereich, da hat das Krankenhaus eine herausragende Bedeutung. Nicht nur für die Stadt, sondern für die gesamte Region. Hier merkt man schnell, die Stadt hat einen Plan. Und auch das Nachts kann sich die Stadt blicken lassen. Die heutige Veranstaltung ist einfach dafür da, dass die Menschen Spaß haben. Die haben eine Menge gearbeitet, das war auch gar nicht lustig zeitweise. Es gab auch durchaus Anlass zu Ängsten. Die haben sich dann im Nachhinein als nicht wirklich berechtigt herausgestellt. Aber all das ist jetzt hinter uns und das wollen wir feiern. Und darum geht es heute. Heute geht es einfach nur darum, Spaß zu haben und dass wir Danke sagen. Wir als Katharina von Boga Hospiz arbeiten sehr eng mit dem Paul-Gerd-Stift zusammen. Durch die gleiche Verbindung zum Träger haben wir enge Strukturen, gerade in der Versorgung von schwerstkranken und sterbenden Menschen und profitieren durch ein gutes Miteinander. Wir als Katharina von Boga Und wenn auch du Lust auf einen Arbeitgeber hast, bei dem man mit statt gegeneinander arbeitet und bei dem man direkt mit anpacken kann, ohne lange hinten anzustehen, dann bewirb dich jetzt im Paul-Gerhard-Stift in Wittenberg, egal ob zur Formulatur, zur Summer School, zum PR oder zur Assistenzarzt-Weiterbildung. Viel Spaß! Vielen Dank!